Ja, aber diese blöde Rodox greifen leider auch an. Dann werden sie wahrscheinlich noch nicht Waffenstillstand haben. Graf Matthias hat das Dorf Duma geplündert. 6, okay. Okay, jetzt müssten wir aber hier ein paar Leute, ein paar Plünderer ausplündern. Sie haben es sogar im Namen. Sonst haben wir bald kein Geld mehr. Aber es reicht immer noch sehr gut. Und wir könnten mal schauen, was die Moral so ausmacht. Also zuerst mal Grundmoral. Das ist, glaube ich, einfach so. Hat 50%. Nicht schlecht, nicht gut. Dann die Truppgrösse macht einen Abzug von minus 31. Also 31 minus. Anführerschaft macht plus 36 und Nahrungsvielfalt plus 36. Dazu Vorfälle der letzten Zeit. Also ob wir Gutes gemacht haben oder Schlechtes. Oder ob wir überhaupt etwas gemacht haben. Plus 7 und das gibt total 98. Und das ist fast perfekt. So, dann gibt es extra Moral für Königreichs Vardientruppen 1. Und extra Moral für Königreich Rodox Truppe 3. Haben wir noch was? Verhältnis. Wieso haben wir hier 2, die minus sind? Wieso haben wir hier minus 3? Sind die irgendwie verfeindet mit einem anderen Graph oder Reichsritter und haben dadurch Abzug bekommen? Oder ist das, weil wir die Quest unterschlagen haben? Aber das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich habe schon mal bemerkt, dass wir minus bekommen, wenn wir ablehnen. Aber ja, können wir auch nicht dafür. Also wenn bei ein paar Leuten schon ins Minus kommen, das können wir nicht unterschreiten. Also das können wir einfach nicht verhindern. Und dadurch, ja. Aber es passiert jetzt mit minus 3 passiert überhaupt noch nichts. Das wird dann eher schlimm, wenn wir dann ein eigenes Reich haben. Und dann greifen halt diese Leute, die minus sind, haben wir vermehrt an. Und ja, hassen uns halt. Dann nehmen wir viel mehr. Und dann gibt es schon ein paar Leute, die fast bei minus 100 sind. Das ist dann klar. Ja. Ruf 1200. Richtig gut. Hat einer auch so viel? Nein, alle haben ziemlich wenig. Ah, okay. Gut. Brautwerbung. Nix. Wir können maximal 60 Tropfen mitnehmen. Okay. Wir haben ein Ansehen von 103. Und Freunde, keiner. Feinde, keiner. Okay. Ja, die R ist dann auch wichtig. Das bringt sehr viel ein. Hat was verheirren. Also was die anderen denken über uns. Und ja, ob sie mit uns kämpfen oder nicht kämpfen. Und ob sie uns anschließen oder nicht anschließen. Alles hat so hier ein bisschen Ding. Also zwischen diesen zwei Attributen hat es viel kombiniert. Und beide sind sehr wichtig. Also ja. Ja, Pechimie müssen wir jetzt nicht gehen. Wir haben genug Truppen von hier. Wir gehen jetzt lieber hier mal in die Schränke und schauen, was es hier gibt. Oh, den haben wir gesucht. Seid gegrüßt, Herr. Ihr seht, wie ihr eben das, der mich kennenlernen sollte. Und warum sollte dem so sein? Ich vermitte Lösegelder für die armen Wichte, die in diesem endlosen Kriegen gefangen werden. Normalerweise reise ich zwischen den Salzminden und den Sklavenmärkten an der Küste hin und her. Meist im Auftrag von Familienangehörigen der Vermissten. Doch wenn ich einmal nicht im Dienst der Barmherzigkeit unterwegs bin und eine Karte, für der ein oder zwei Gefangene mit sich führt, nun was ist denn schon gegen eine kleine Spekulation hier und da einzuwenden. Und ihr seht, wie ihr eben das, der eventuell einen Gefangenen veräußern möchte. Wie viel kann ich für einen Gefangenen bekommen? Es kommt darauf an, ich rühre mich damit ein gutes Händchen zur Einschätzung von Lösegeldern zu haben. Dutzende kleine Dinge an einem Mann können euch verraten, ob er arbeitshungrig ins Bett geht oder ob er Wünserbraten und feine Klöße verspeist. Richtig viel Geld gibt es natürlich beim Adel zu holen. Doch wenn ihr jemals meine Arbeit machen wollt, solltet ihr der Landbesitzenden Familie in Kroatia ihre Wappen, ihre Nachkommen rechtmäßig außerehelig und natürlich ihr Ansehen bei den Händlern kennen. Okay. Ich möchte einen meiner Gefährten auslösen. um wen handelt sich vergesst es. Ich will aber die Dinge verkaufen. Ah, die habe ich ja gar nicht mehr, die habe ich ja geladen. Ja, genau, die habe ich ja weggeladen. Also, die habe ich vor dem Neuladen gefangen. dann bringt es jetzt eigentlich ja, nichts mit dem Lösegeldvermittler. Okay, ähm, wir könnten hier nach Tirim gehen oder nach Nara. Wir gehen mal nach Nara. Wir haben es jetzt noch nicht so dringend mit den Banditen. Ach ja, ich will noch kurz die Spiellog anschauen. Es ist jetzt nichts wichtiges. Nö. Also machen wir weiter. Gehen wir Richtung Nara. Die halten mich zum Nara. Und das Wochenbudget ja, nicht viel zu sagen, minus 16, Schenke ein Landknechts Schwertkämpfe zum Anhören und Schande quert mich gerade gut gut einbringend hier. Wir haben wenig zu tun. LOL. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ja, die bringt uns nichts. Also, schauen wir kurz. Wir haben fünf Leute von Swadien. Das reicht. nicht. Wir schauen jetzt kurz die Map an, was sich hier so verändert hat. Die haben das nicht eingenommen. ich glaube, das ist Standard, dass die zwei hier so sind. Ist auch als Standard. Ob das Standard ist, weiß ich nicht. Ist auch als Standard. Dann ist eigentlich nur das und das da. Und hier ist auch als Standard. dann würde ich mal vorschlagen, wir werden uns den Rhoodox anschließen, aber wir werden nicht sofort anschließen. also wir werden uns mal auf die Seite schlagen und das Vassal nenne ich das Vassal aus und das ist Vassal was zuerst kommt fram. Werden wir einfach mal ein paar Missionen für sie bringen und werden hier ein bisschen Erfahrung sammeln. was ist am besten zuerst hier ein bisschen Erfahrung sammeln und dann zu den Rhoodox gehen. Wo sind wir? Hier irgendwo. Da. Okay, gehen wir kurz nach Dirim und dann nach Belgier ins Frostigerland. Nein, nicht reingehen. Gut. Das können wir mal machen, aber das ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Aber sie ist sehr sehr ertragsreich, aber bringt das? Wir werden die nicht machen. Es ist einfach so, wir gehen zu dem Dorf oder zu dieser Stadt und werden Steuer abziehen, also werden die Steuer eintreiben. Vergeht die Zeit sehr schnell und noch einige Zeit, wenn wir genug Steuern haben, gehen wieder zurück und schließen das ab. die Quest ist jetzt nicht unbedingt ertragsreich. Ok, wir gehen jetzt einfach nach Rejadin direkt zu den Weg hier. Hier haben sie auch ein bisschen Krieg, aber die haben keinen Krieg mit den Swadien, oder? Kann auch mit denen sein. Können wir eigentlich mal schauen. Das ist das Report. Ah, das ist einfach wie die Dörfer sind Fraktionen, Wäger und Krieg. Krieg. Die haben gar keinen Krieg. Die hatten wahrscheinlich Krieg. okay. Ähm, von denen könnten wir Bogen Schützen nehmen, aber wir haben so glaube ich bald zu viele Truppen, also wir werden die noch annehmen und dann ist fertig. Dann nehmen wir keine Truppen mehr ins Ding. So 40 ist eigentlich relativ ein gutes Ja, tönt eigentlich gut zwischen gut, also zwischen Stärke und Moral und Steuern und so also ja so die ist relativ gut also gleich ähm nein ich will nicht mit euch kämpfen äh mit euch kämpfen aber das ist auch wieder ein negatives Zeugs Berichte und mit euch